Was isst du da? Das ist unser Balkankuchen, Schatz. Mit Zwiebeln? Sehr lecker. Keine Zwiebeln bei uns Kuchen machen. Niemand bei uns mit Zwiebeln Kuchen machen, Schatz. Und mit Käse. Zwiebeln benutzen nur bei Bohnen, Eintopf und Käse, bei Burek machen. Bei uns Kuchen machen mit Schokolade, Kokos, andere Sachen, die richtig schmecken. Das ist so richtig pappsüß, oder? Ja, natürlich. Das ist viel zu früh, am frühen Morgen, oder? Nie zu früh. Für gute Kuchen, gute Pita, Chewappi ist nie zu früh bei uns. Deswegen arbeiten wir so den ganzen Tag bei Baustellen. Ohne Probleme, weil wir Chewappi frühstücken und Kuchen danach. Und wir essen Brezel und dann gleich keine Kraft. Bestellen, du auch. Wie bezahlen? Keine Ahnung. Wie bezahlen? Wie bezahlen? Nein, 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 nein. Bezahlen? Bezahlen? Ja, komm! ... Wow, diese ist so fast.